Wir machen mit einem Artikel weiter, wieder von der Firma Zink, hier in Deutschland gefertigt, hochqualitativer Artikel. Aber auch dieser Artikel unterliegt dieser Zulassung in F2, der allerdings durch § 20 Absatz 4 wiederum in diese Sonderregelung fällt, haben 75 Gramm Satzmenge verbaut, für den Normalbürger ist mit 20 Gramm Schluss, trotzdem Kategorie F2, wir nennen das eben F2 Plus, das gibt es offiziell nicht. Zink 906 Mischbeutel, fünf Stück. Zink 906 Mischbeutel, fünf Stück. Ja, das ist ein Applaus wert, auf alle Fälle. Das ist tatsächlich Qualitätsarbeit aus Deutschland, nur eben leider auch nicht für jeden zugänglich.